Und in der nächsten halben Stunde werden wir uns jetzt mit den neuesten Make-up-Trends im Herbst beschäftigen. Vor allem Braun, Rot und Newtöne sind total angesagt. Ich habe die Make-up-Spezialistin Dani hier im Studio und die zeigt euch alles. Und wenn auch ihr Fragen habt, dann twittert uns. Der FC Bayern hat diese Saison bisher grandios. Wie ist denn das gemacht? Ja, das ist ganz neu, das ist Social TV. Kennst du das? Nee, was ist das? Ich zeig's dir. Social TV ist auf den diesjährigen Medientagen ein ganz großes Thema. Ein echter Spezialist auf dem Gebiet, Blogger und Moderator Richard Gutjahr. Dieses Jahr wagte er im bayerischen Fernsehen ein bisher einmaliges Experiment. Wir wollten diese Barriere, die es zwischen dem Publikum und den Fernsehmachern geht, ein bisschen aufbrechen. Und wollten also dem Publikum, also für die, die wir jetzt hier eigentlich arbeiten, die Möglichkeit geben, einfach auch mitzudiskutieren und die Themen auch mitzubestimmen. Und heraus kam die Rundshow. Die Verbindung zwischen Zuschauer und Redaktion ist eine App. Mit ihr kann man das Programm kommentieren, Beifall geben und über Themen abstimmen. Aber wollen die Leute das überhaupt? Ich glaube, das könnte eine ganz interessante Art von Fernsehen sein, dass der Zuschauer interaktiv so ein bisschen mitmacht. Wenn einem langweilig ist und man sowieso alleine vorm Fernseher sitzt, dann ist das bestimmt eine gute Möglichkeit, da ein bisschen mehr Pepp reinzubringen. Ich denke, dass das bei gewissen Zuschauern vielleicht ankommen könnte, aber für mich selbst wäre es uninteressant. Für viele Konsumenten vielleicht noch gewöhnungsbedürftig. Die Zuschauerzahlen waren schlecht. Die Idee also kein Quotenrenner. Aber für Gutjahr eine neue Sendeform mit Zukunftsperspektive. Also ich habe allen Chefs beim Bayerischen Rundfunk gesagt, wenn ihr Quote machen wollt, dann muss ich euch raten von diesem Projekt abraten. Es geht hier nicht um Quote. Es geht darum, dass wir was lernen und dass wir auch was von unserem Publikum lernen. Und ich glaube, wenn man was sagen kann, ist, dass wir innerhalb von diesen vier Wochen wirklich eine Menge gelernt haben, darüber, was unser Publikum wirklich interessiert. Für Gutjahr ist klar, dass das klassische Fernsehen immer interaktiver wird. Und dann machen Couch-Potatoes auf einmal ihr eigenes Programm. Ja cool, gib mal her. Wir haben alle acht Spiele gewonnen und am kommenden Wochenende steht das nächste an. Mal sehen, wie es weitergeht.